Ich finde es cool, wenn Menschen in Risiko eingehen, deswegen danke für Risiko. Ich denke auch für den Mann war das vielleicht ein Risiko zu sagen, er fährt 500 Kilometer irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, ob er ihn trifft. Danke für Risiko. Dankbar bin ich für Mitarbeiter, die bei SRS anfangen, die in Risiko eingehen. Aktuell sind es zwei Mitarbeiter, die einen komplett sicheren Job aufgegeben haben, um in die Sportmission zu gehen. Und auch, gehört ein bisschen dazu, wir können nicht so viel zahlen wie in der Wirtschaft, auch weniger verdienen. Sie gehen in Risiko ein, weil Gott sie berufen hat, weil Gott sagt, hey, geh mit mir, geh dahin, ich berufe dich. Da bin ich so dankbar für, dass das passiert. Dankbar für Risiko. Ich komme aus dem Klettersport. Mittlerweile gehe ich nur noch bouldern, das ist ja Klettern auf Absprunghöhe. Aber früher habe ich auch Seilklettern gemacht. Und das Seilklettern unterscheidet man in zwei Arten. Und wenn man fällt, fällt man ziemlich schnell in das Seil wieder hinein. Das hat ein bisschen Dehnung. Das heißt, man fällt maximal 20, 30, 40 Zentimeter. So ein bisschen die Dehnung von dem Seil. Ist nicht ganz so risikogroß. Dann gibt es aber noch den Vorstieg. Beim Vorstieg ist es so, dass man das Seil von unten quasi mit hoch nimmt. Und es gibt verschiedene Sicherungspunkte. Das ist viel mehr Risiko, weil wenn man nämlich kurz vor einem Sicherungspunkt fällt, fällt man dieses Schlappseil und noch die doppelte Länge dadurch und fällt bis zu, das war mein höchstes, 12 Meter an einem Fels. Da ist das Risiko viel höher, dass was passiert und auch mental zu klettern viel schwieriger. Dann waren wir mal mit unserem Kletterteam in Pukes in Frankreich. Und wenn man so einen Vorstieg klettert und oben am Ende ankommt, nennt man das beim Klettern, da muss man sich umbinden. Das heißt, man sichert sich selbst am Sicherungshaken, nimmt sein Kletterseil, wo eigentlich das Leben dranhängt, nimmt man und knotet sich raus, man ist ja noch immer gesichert, muss das dann durch die Öse durchführen und wieder einbinden. In diesem Augenblick kann dein Kletterpartner 40, 50 Meter unter dir nichts machen. Ich habe das auch gemacht, war da oben und es war tatsächlich so, wir hatten gerade unsere Tochter bekommen, war glaube ich irgendwie drei Monate alt. Und ich war da oben, habe mich umgebunden und habe nur gedacht, Mist, wenn ich jetzt hier Mist baue, dann falle ich runter und unten können die nur noch die Reste von mir aufsammeln. Und dann habe ich Angst bekommen, gehe ich dieses Risiko weiterhin ein, das zu machen halt. Dann kam die Angst, die ist leider nicht weggegangen, deswegen bin ich einfach beim Bouldern geblieben. Aber das ist auch, was geht man für ein Risiko ein, ist immer noch eine sehr sichere Sportart, aber auch im Sport, was ist da für ein Risiko dabei und was nicht. Also Klettern fasziniert mich und Menschen faszinieren mich. Ich liebe es zu gucken, wie es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, welche Stärken und Schwächen Menschen haben, um zu gucken, wie kann man ihnen helfen, wie kann man sie befähigen, wie kann man Zusammenarbeit verbessern. Und wenn ich Menschen liebe, dann liebe ich auch biblische Persönlichkeiten. Ich habe euch mal hier, da vier mitgebracht, ja, da ist einmal der Paulus, das ist ein total leidenschaftlicher Apostel, der kannte Sportsituationen, wie cool ist das denn? Dann Hagar, die Magd von Abrahams Frau Sarah, die nach einer ganz fiesen Auswechslung von Gott wieder ins Leben eingewechselt wird. Oder Barnabas, das ist echt ein wahrer Coach, der dafür da war, anderen Mut zu machen und andere zu befähigen. Und dann der Jakob natürlich, der für den Segen Gottes ganz sportlich gekämpft hat. Danach zwar ein paar Hüftprobleme hatte, aber er hat sportlich gekämpft. Ich finde das total genial. Ich habe euch aber heute noch eine andere Person mitgebracht, die kennt ihr alle. Und die ist total genial. Das ist Gideon, der fasziniert mich auch total. Wir können im Alten Testament im Buch Richter über ihn lesen, im Kapitel 6. Und wenn einer mitlesen will, kann er das gerne machen, aber ich gehe nicht den direkten Bibeltext durch, sondern ich erzähle euch ein bisschen und gehe mit euch die Begebenheit durch. Also das Volk Israel, wo Gideon lebt, das lebt echt in einer harten Zeit mit großer Not und großer Angst. Denn sie werden ständig von so einem Nomadenvolk angegriffen und ausgeraubt. Das ist wirklich so ein Dauerzustand, der in Not und in Angst ist. Man kommt da irgendwie gar nicht mehr raus. Das Volk Israel hatte das aber auch ein bisschen selbst zu verschulden. Denn sie haben mittlerweile eher den Göttern geglaubt in dem Land, wo sie leben, als an den Gott, der sie aus Israel herausgeführt hat. Sie verehrten tote Götter und Götterstatuen der Einheimischen. Und so hat Gott seinen Schutz abgezogen und sie waren wirklich den Midianitern schutzlos ausgesetzt. Und dann fängt das Volk wieder an, bei Gott Hilfe zu suchen. Sie schreien zu Gott und Gott hat Mitleid und beruft Gideon als diesen neuen Leiter. Und diese Story, wie er das tut, wie Gott hier den Gideon beruft, die ist so einzigartig und so genial. Und Gott haut hier ein Wunder nach dem nächsten raus. Ich nehme euch mal mit rein. Also als erstes, Gott sendet einen Engel zu Gideon mit folgenden Worten. Gott mit dir, mein tapferer Krieger. Gideon schaut sich um und sagt, hä, wo bitteschön ist denn hier ein tapferer Krieger? Meinst du etwa mich? Und wo bitte ganz ehrlich, wo ist denn Gott hier? Schau doch mal an, wie wir leben. Wir leben hier in Angst und Schrecken und ich kann mich auch nicht mal trauen, draußen auf dem Feld mein Korn zu drechnen. Ich muss in die Höhle gehen. Nee, Gott ist schon lange nicht mehr mit uns. Und ich bin eher ein Angsthase als ein tapferer Krieger. So begegnet Gideon erstmal dem Engel. Da sagt der Engel aber nochmal mit voller Befähigung für Gideon, du bist stark und mutig. Gehe und rette Israel. Gott will dich gebrauchen. Ach komm schon, sagt Gideon. Ich bin der Jüngste in meiner Familie. Und in der Sippe, wo ich bin, ist die kleinste Sippe in dem ganzen Volk Israel. Was kann ich schon tun? Der Engel gibt nicht auf. Er sagt nochmal mit voller Stimme, Gott wird dir beistehen und du wirst dieses Nomadenvolk besiegen. Jetzt hatte Gideon erstmal keine Ausrede mehr. Was soll er da noch machen? Aber er wollte sich sicher sein, dass dieser Engel wirklich von Gott gesandt ist und nicht irgendein dahergelaufener Wanderer ist. Und so, was macht man? Er lädt ihn zum Abendessen ein und bittet ihn, hey, er bereitet ein Abendessen vor und er legt Fleisch und Brot auf einen Felsblock. Und da berührt der Engel mit seinem Stab diesen Felsblock und es kommt Feuer aus dem Felsen und verzehrt alles. Und der Engel ist mit einem Augenblick verschwunden. Herr, du mächtiger Gott, ich habe einen Engel gesehen, jetzt muss ich sterben. Da sagt Gideon voller Angst. Aber jetzt spricht Gott zu ihm und sagt, hey, Gideon, zwischen uns ist Frieden. Hab keine Angst, du musst nicht sterben. Was für eine krasse Begegnung, oder? Und jetzt gibt Gott dem Gideon einen Auftrag. Und das ist ein waghalsiger Auftrag, der wirklich ein Risiko mit sich bringt. Denn er soll diese falschen Altäre und diese falschen Götterpfähle einreißen, kaputt machen. Und Gideon macht das. Er führt diesen riskanten Auftrag sofort aus. Er diskutiert gar nicht mehr viel. Es ist wirklich eine Nacht- und Nebelaktion, die er da macht, weil er will nicht erkannt werden. Denn wenn er erkannt wird, kann das auch schlimm für ihn enden. Wohl eigentlich alles gut geht, im Schutze der Nacht. Sie werden dennoch, er wird erkannt. Aber Gott steht ihm da, hier dabei. Sogar mit der Hilfe seines eigenen leiblichen Vaters. Total interessant. Und ich finde es genial, diese Geschichte. Was ist es hier? Tapferer Krieger oder Angsthase? Und ich habe das Gefühl, Gideon ist irgendwie beides. Er hat Zweifel und er braucht ein Zeichen. Aber er tut auch das, was Gott ihm sagt. Er geht das volle Risiko ein. Und Gideon, das können wir lesen in Hebräer 11, er gehört zu den Vätern des Glaubens. Und die wir da in Kapitel 11 im Hebräerbrief lesen können, das sind starke Persönlichkeiten, die viel mit Gott erlebt haben. Vers 33, im großen Vertrauen kämpften sie gegen Königreiche und trugen den Sieg davon. Sie sorgten für Recht und durften erleben, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Das wird über diese Väter des Glaubens gesagt. Und Gott nutzt diese Persönlichkeiten nicht, weil sie perfekt sind. Wir wissen das. Die Persönlichkeiten in der Bibel sind nicht perfekt, sondern sie haben ihre Macken und Kanten. Aber sie sind Vorbilder im Glauben. Und Gideon war irgendwie so ein Kämpfer und ein Zweifer gleichzeitig. Er war nicht perfekt und das musste er für Gott auch nicht sein. Ich habe mir gedacht, wenn einer ein Klettersportler war, dann eigentlich Gideon. Denn irgendwie musste Gideon sich ja immer absichern. Er musste immer Gott noch um ein Zeichen bitten und fragen. Ist der Knoten auch wirklich fest, gibt es beim Klettern ja auch, dass man noch einen Partnercheck macht. Also wirklich schaut, hey, ist der Knoten auch safe. Und er ist sich immer noch unsicher und so bittet er Gott, hey, ich brauche nochmal zwei starke Zeichen, dass ich auch wirklich sicher sein kann, dass ich diesen Auftrag von dir habe. Und dann macht er das. Er bittet Gott, dieses berühmte Wolle auslegen, dass ein Stück Wolle nass wird, aber der Boden drumherum, der soll trocken sein. Zack, Gott macht das. Dann sagt Gideon, nee, ich brauche noch ein Zeichen. Er ist nicht ganz sicher und bittet nochmal, diesmal soll es andersherum sein. Der Boden drumherum soll alles nass sein, aber die Wolle, die soll trocken sein. Gott macht das. Und Gideon hat einfach seine Bestätigung. Und Gideon ist wirklich auch für mich ein Vorbild mit diesen Zeichen. Er ist tapfer und er ist stark, er lässt aber auch nicht nach und er bittet Gott um klare Zeichen, bevor er was tun soll. Also da ist er wirklich ein Vorbild für mich. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist er nicht so ein guter Vorbild, denn er ist immer irgendwie ein bisschen ängstlich und er will erst was tun, wenn er irgendwie besondere Zeichen und so eine Absicherung bekommt. Aber das ist Gideon und so ist er ein Glaubensheld geworden. Wer bist du? Tapferer Krieger, der jedes Risiko eingeht oder eher der, der Sicherheit braucht, bevor er Neues anfängt. Und hier gibt es kein Gut oder Schlecht. Ich denke, beides ist gut. Es gibt kein Besser oder Schlechter. Gott hat dir die Fähigkeiten gegeben, mit denen du alles hast, was du für einen Auftrag von ihm brauchst. Wir können das in 2. Korinther 3, Vers 5 nochmal lesen. Ich meine nicht, dass ich einem solchen Auftrag aus eigener Kraft gewachsen bin und mir irgendetwas selbst zuschreiben kann. Gott ist es, der mir die Fähigkeit dazu geschenkt hat. Er hat mich fähig gemacht, ihm zu dienen durch die Bekanntmachung seines neuen Bundes. Und Gott hat mit jedem von uns was vor. Und er will uns gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und ich bin davon überzeugt, dass es zum Leben und zum Leben mit Gott und in seinem Reich dazugehört, auch mal ein Risiko einzugehen. Im Leben, selbst im Sport, das gehört dazu. Ein bisschen raus aus der Komfortzone. Etwas einzugehen, wo man das Ende nicht absehen kann. Wo man die Reaktion des anderen nicht einschätzen kann. Dann aber die Erfahrung machen, das hat sich wirklich gelohnt, dieses Risiko einzugehen. Eine Frage an dich heute, wofür willst du ein Risiko eingehen? Und vor allem auch die Frage, für wen willst du ein Risiko eingehen? Du hast die Möglichkeit, Dinge zu bewirken, weil Gott dich dazu befähigt und ermächtigt hat. Dieses Wolle-Zeichen, ja? Ich glaube, das ist alles. Dieser Zettel vom Himmel. Hey Gott, ich möchte was für dich tun, in deinem Reich tun. Aber ich weiß nicht was oder ich weiß es vielleicht, aber ich warte noch auf den Zettel vom Himmel. Wir spüren vielleicht da wirklich einen Auftrag, aber wir wissen es nicht genau. Was sollen wir jetzt machen, auf der Couch sitzen bleiben? Müssen wir bei allem, was wir tun, darauf warten, dass Gott uns was sagt oder uns bei Gott absichern? Ich denke, die Antwort finden wir in dem, was der Engel zweimal zu Gideon sagt. Gott ist mit dir und er wird dir zur Seite stehen. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir für Gott unterwegs sind. Auf einer internationalen Sportkonferenz hat mir einer gesagt, das ist das, was ich mir an dieser Konferenz behalten habe. Das war so genial. One plus Jesus is every single time a majority. Du und Jesus bist zu jeder Zeit in der Überzahl. Und das ist so genial. Ich brauche keine Angst zu haben, egal wo ich bin, weil mit Jesus bin ich unterwegs und bin ich in der Überzahl. Wir sind ein total geniales Team. Wir sind in der Mehrheit. Und da brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir sein Reich hier auf der Erde aufbauen. Und trotzdem sagt die Bibel uns, wir dürfen ganz praktisch nach einer Antwort suchen und uns auch eine Antwort erarbeiten, wenn wir nicht wissen, ist dieser Auftrag für uns oder nicht. Nicht ganz durch den Austausch mit Freunden, wenn du ein Gefühl hast, ich will eigentlich was machen, aber ich warte auf den Zettel des Himmels, aber es kommt keiner. Frag deine geistlichen Ratgeber, frag deine Mentoren, frag deinen Kumpel, deine Freundin, deine Eltern. Frag nach, bete zusammen. Auch können wir in der Bibel lesen, in Römer 12, dass Gott unser Denken erneuern will und dass wir dadurch seinen Willen immer besser verstehen. Daher brauchen wir auch nicht immer große Wunder und große Wollezeichen, bevor wir losgehen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir uns entscheiden können, wo wir losgehen dürfen, wo wir vielleicht die Angst vor diesem unbekannten Ende loslassen müssen. In der christuszentrierten Erlebnispädagogik, die ist ja hauptsächlich vom Hans-Peter Reuer geprägt, gibt es eine wunderbare Aussage, nur wer loslässt, wird gehalten. Und Gott hält dich. Er sagt zu dir, hey, du bist stärker und mutiger, als du selber von dir denkst. Geh los, ich will dich gebrauchen und ich bin bei dir. Das Gehaltenwerden ist vielleicht noch das Leichteste. Gerade beim Klettersport, ich sage meinen Kindern immer, hey, ihr müsst klettern. Das Einzige, was ihr nicht tun dürft, ist, loslassen. Dann bleibt ihr auch an der Wand. Klar, irgendwann tut ein bisschen die Kraft vorbei, aber wenn wir nochmal zu Gideon schauen, ich finde es so genial, dass Gideon einfach gehorsam war und das getan hat, was Gott sagt. Und er hatte trotzdem Angst. Aber diese Angst, dieser große midianitische Gegner, hat ihn nicht aufgehalten. Er hat an die Zusagen Gottes geglaubt. Was sind deine Gegner, deine Ängste im Leben, die dich daran hindern, auch mal in ein Risiko einzugehen? Was packst du heute an, was du schon so lange vorhast? Welches Risiko gehst du ein? In deinem Leben? Für Jesus? Im Reich Gottes? Vielleicht im Sport? Ein Risiko kann sein, ein Anruf. Ein Risiko kann sein, eine WhatsApp. Vielleicht mit jemandem, wo man vielleicht unversöhnt ist oder irgendwas ist und man weiß genau, wenn ich ihn jetzt anrufe, wenn ich ihm schreibe, das ist ein Risiko, weil ich weiß nicht, wie die Antwort sein wird. Aber das herauszufinden ist Risiko. Und vielleicht wird es ja viel besser, als du Angst hast und als du denkst. Der Hudson Taylor, China-Missionar, der hat mal gesagt, wenn unser Einsatz für Gott kein Risiko enthält, dann brauchen wir eigentlich dafür auch kein Glauben. Ist kein Glaube nötig. Dankbar für Risiko. Und damit meine ich nicht ein unbedachtes, total wildes, darauf loslegen, sondern gemeinsam mit Gott etwas Neues in dieser Welt wagen. Wir haben immer noch Anfang des Jahres, man wünscht sich kein frohes Neues mehr, die Zeit ist vorbei. Aber was hast du vor dieses Jahr? Welches Risiko willst du vielleicht eingehen? Und die vier Tennisbälle, da enorm einer hier oben, Daniel und wo war denn der vierte nochmal? Hier, genau. Also das soll eure Erinnerung sein, ein Risiko einzugehen. Wichtig ist aber, ja, macht euch keinen Druck, wenn ihr sagt, nee, ich will gar kein Risiko eingehen. Dann lasst den Ball nicht bei euch, sondern gebt den dann irgendjemand in der Gemeinde weiter. Und vielleicht wandern diese vier Tennisbälle in diesem Jahr einfach ein bisschen durch die Gemeinde. Und immer wenn einer den bekommt, meint er, ah ja, da war was. Da war was. Und erinnert dich vielleicht, dann lege ihn auf deinen Schreibtisch oder in dein Auto hin oder keine Ahnung. Aber dass es euch vielleicht ein bisschen daran erinnert, auch etwas zu wagen. Und jetzt das Letzte. Ich finde es total genial, dass Gott sagt zum Gideon, hey, zwischen uns ist Frieden. Und ich glaube, das ist das Beste, was mir und dir passieren kann. Frieden mit Gott zu haben. Zu wissen, wer Gott ist und wie der über dich denkt. Und zwar so. Du bist geliebt, du kannst was und du wirst gebraucht. So denkt Gott über dich. Dass er dich über alles liebt und dass er all in gegangen ist, indem er seinen Sohn Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz auf Golgatha hat sterben lassen. Damit wir dadurch Frieden mit Gott haben können und ein gemeinsames Leben. Und daran zu glauben, dafür sich zu entscheiden, das verlangt einem einiges ab. Aber es gibt dir alles, was du zum Leben brauchst. Auch da, es ist eine Entscheidung. Was willst du tun? Das kann einem keiner abnehmen. Das kannst nur du tun. Danke für Risiko. Ich bete noch kurz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich danke dir dafür, dass wir mit dir immer in der Mehrheit sind. Ich danke dir dafür, dass du alles getan hast. Dass du all in gegangen bist. Damit wir Frieden mit dir haben können. Und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Und ich bitte dich, dass du ganz klar jedem Einzelnen begegnest und zeigst, was dran ist in diesem Jahr. Wo du einen Auftrag für ihn hast. Wo du dir wünschst, da auch ein bisschen aufzustehen und rauszugehen und was zu tun. Bitte befähige jeden Einzelnen mit dem, was er hier braucht. Bitte ermutige jeden Einzelnen. Hab Dank, dass du da bist, dass du auf uns aufpasst und dass wir mit dir unterwegs sein können. Amen. Amen.